Ja, liebe Leute, liebe YouTube-Und-Fitsch-Freunde, herzlich willkommen. Ja, Leute, wir gehen bei der See. Wir spielen die nächste Serie von South Park. Ja, Leute, South Park, was geht ab? So, machen wir das, Leute. Ja, Leute, dann wollen wir mal loslegen hier. Dann wollen wir mal abgehen hier. So, dann let's go. So, die komplette Erweiterung ist alles mit dabei, natürlich. So, erstmal Optionen, Effekte. Ich glaube, der zweite Teil ist, glaube ich, sowieso wieder. Ja, ob ich jetzt zumindestens Sichtbarkeit... Ach, kann man so lassen. So, Audio... Ah, nee. Anzeige. Spieloption. Tipps. Spiele. So, Leute, wir schwingen aus dem zweiten Teil. Wir legen los. Ist es South Park? So, Leute, wir schauen uns, was wir sehen uns, was wir sehen uns, was wir sehen uns, was wir sehen uns. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet. Katzen verschwinden. Die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Ah, ah! Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Wunder vom Auto, du kleiner Bisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager. Im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Keine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählt von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem richtigen Staatsgesuchter war. Oh, du Schatz. Schnauze warm. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. So, ja, und jetzt können wir wieder eine neue Figur wieder aussuchen. So, erstmal machen wir mal die Haare wieder. Hier bei den ersten Teilen. Ja, diesmal natürlich auch in Deutsch. Englisch. Da haben wir schon drauf gewartet. So, jetzt gucken wir uns mal. Ich bin da auf dem Frisuren hier. Ah. Ah, nein, war. Ah. Kaufen Frisuren. Ne, warte mal, wo war denn das? Ah, hier, der, ja. Der nehmen wir. So, Farbe. Oh, was war das? So. Oh, was war das? So, jetzt gehen wir. Oh, nein, wir machen Rot. Die Hände. Ja, was. Das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. So, da legen wir los. Die Mauren greifen an! Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kapitel gestürmt! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Der König! Ah, der König ist erstmal schön ein Kacken, ey! Ah, schön ein Apelsang! Der Kackermeister! Wir sollten froh sein, dass ich hier schon so schnell Freunde gefunden habe! Wir sind hier untergetaucht! Da machen neue Freunde nur Probleme! Du bist ja paranoid! Hör auf mit dem Scheißzeug! Es verändert dich! Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheiß-Dasein mit dir erträglich macht! Oh, hallo mein Schatz! Ich hab dich gar nicht gesehen! Äh, deine Freunde sind unten, Spätzchen! Los, geh spielen! Ja! Ja! Hm! Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei! Hey Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad! Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, na ja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später! Ja! 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 Ich fasse erst mal Schokolade! So, das ist das Einzimmer. Okay. So, das ist ein Räscherzimmer. Oh, 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 das ist ein Räscherzimmer. Der König ist unbesiegbar. Die Mauchen sind unaufhaltsam. Er ist zu mächtig. Die Mauchen werden siegen. Scheiße, der Prä. Gegen uns alle hast du keine Chance. Öff. Zeig's ihnen, König. Oh Mann, ist der immer noch nicht tot? Die Wachen des dunklen Hofs sind alle Muschis. Hey, halt raus! Uff. Los, wir müssen ins Kastell. Geh zurück. Geh zur Seite oder sterb. Wir gehen durch diese Tür. Niemals. Ach ja, warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava. Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava. Da könnt ihr nicht durch. Zack. Los jetzt. Geh mir rein. Geht nicht. Die sagen, alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lasst den Drachen los! Ein Drache? Wir sind dabei. Das ist der Drache, der brüllt. Er ist sauer. Das ist etwas galaxy Wast-Laja. Oh. Keiner hält den König! Auto! Auto! Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Ah, das ist schon cool. Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König, auch er ist allmächtig! Welch ein Hieb! Oh, Kacke! Drachentöter! Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt! Unglaublich! Das Kind ist der Wahnsinn! Wow! Hast du gesehen, wie krass der König? Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr! Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden! Ja, nur der König kann den Geheimweg durch die Garage finden, also, falls es einen gibt... Wo willst du her? Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei! Nur zu, eure Hochheit! Benutzt einen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen! Zum Kastell! Wow! König Saftsack ist so ein guter Kämpfer! Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtlichste König aller Reichen! Scheiße, er ist Wahnsinn! Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das! Du bist tot! Verdammt! Okay! Los! Spricht Barde, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen! Lügner! Du wirst den Zahn der Mauren spüren! Rührt ihn nicht an, ihr Heiden! Gebt den Waden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun! Der König! Das heißt, er töntet Drachen mit nur einem Hieb! Ganz recht! Und wenn ihr nicht... Moment! Moment! Wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch? Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen! Der Zauberer ist fort! Mein Name ist Kuhl, ich komme aus der Zukunft! Hey, wir wollten das nicht mehr spielen! Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch! In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzenverschwinden! Ich muss das Team wieder zusammenbringen! Hey, nicht einfach das Spiel wechseln! Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab! Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden! In der Zukunft! Syndikat? Klingt doch mal zu groß für coolen Friends! Willst du etwa, dass die Scheiß-Freedom-Herrs die Katze finden? 100 Dollar einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fink die Freedom-Herrs, Alter! Genau! Scherzi-Pups! Es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller! Der Kuhn-Alarm! Kommt, Kuhn-Freunde! Holt euer Zeug und meldet euch in Kuhn-Versteck! In der Zukunft! Kuhn & Friends! Sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen! Wir sind ja Superhelden und ihr Loser! Tja, so ein Idiot! Oh, hallo! Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller! Alles mit nem Goldgriff kannst du öffnen! Probier's aus! Erik ist so mit Superheld-Spielen beschäftigt, der vergisst mir noch zu essen! Hm. Hast du dich ausgesperrt? Leider hat der kleine Erik die Tür mit einem Schloss gesichert, damit ich nicht reinkomme. Bestimmt hat er den Code hier irgendwo aufgeschrieben. Gehen wir mal nach oben. Achso, das ist ne Katze! Gehen wir mal nach oben! Achso, das ist ne Katze! Gehen wir mal nach oben! Achso, das ist ne Katze! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Achso, das ist ne Katze! Welcheط courtroom tun wir in Men pony Exportraue Sch apt? Achso, das ist der cutseste! aber warte mal da war hier war doch ein code die uhr sie haben hier einen komischen code hier gut das kann ich zahlen alles klar kommt wenn du ein badezimmer betritt solltest du ruhig auch mal auf den topf gehen auf der toilette gibt es feine sachen für dich zu holen viel glück kumpel zu holen mehr zum kacken und und Hm. Mm. Na, hast du schön kacke gemacht, ja Das war nicht gut stimmt Eier Kack Pisse Schurz Meine Fick Eier Esel Mist Mom Pisse Kack Dich Kack Eier Mist Puh, ey Äh, ne Ne Hier gibt's schon Sachen Okay, warte mal, wir gucken nochmal hier Gucken wir hier schön aus Oh Alles zerschrottet Wenn man das so sagen darf Ja, Leute Äh, das ist so gesagt der zweite Teil, wie es dann hier so weiter geht Kann man eigentlich so sagen Ja Dann Irgendwann machen wir dann nochmal den dritten Teil Da gucken wir mal, wie es da so abläuft Ob da jetzt Folgen kommen Ja, müssen wir mal gucken Vielleicht ja, vielleicht auch nein Wir schauen mal So, Leute, das war erstmal das Hausmark Richtung der zweite Teil Und dann, ja, gucken wir mal, was war noch hier so alles Allgemein auf Lager hier haben Ja, dann Vielen Dank fürs Zuschauen Und natürlich Weiter abonnieren und kommentieren Mich zu unterstützen natürlich Followern Und plus über YouTube Channel Ja, dann sehen wir uns nächstes Mal Bis denne Haut rein Bye, bye Eure Kevin Mein zu Haus Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal